So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal wollen wir jetzt mit diesen zwei lieben Gentleman über die Brücke gehen. Wo ich aber noch ein wenig skeptisch bin, da ich mir in den letzten Tagen alle Staffeln der Serien Walk of the Walking Dead angeschaut habe. Und deshalb nicht wissen wir, was auf der anderen Seite der Brücke ist. Zumal sie die ganze Zeit immer so bewacht wird. Ja, warum sollte man die Brücke sonst bewachen? So extrem. So. Ja, schön. Wände. Okay. Gehen wir in Deckung oder was? Oh ja, wir gehen. Wir schleichen uns an die Herren. Gehen wir in Deckung. Hey, ich komme dir nach. Hey. Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht es da draußen aus? Ui. Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay. Ich drehe noch eine Runde. Passt gut auf. So. Okay. Kommt alle weiter. Weiter. Ja, wo ist unser Kollege Schi gerannt? Ah, da ist er. Ja, wohin geht es weiter, Brr? Du bist hier unser Führer. Nicht ich. Mal da hinten dran. Hey, hörst du? Klicker. Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Oh man. Immer noch gut bewacht. Immer noch verdammt gut bewacht hier. Ach was. Die Schrotzenebchen habe ich mir vers... Moment. Da drüben. Da. Und rücken auf. Da drüben wo? Was machen die? Schießen die auf irgendwas? Tatsächlich. Habe ich doch gesagt, auf der anderen Brücke, äh, Seite der Brücke ist irgendwas. Nicht besonders schönes. Das war ein Fehler. Ja, wo sitzen die ganzen Jungs hier? Treffer. War nicht versenkt. Diesmal versenkt. Schön. So. Au, 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 au. Sau. Mund. Oh, mein. Gehen wir alle etwas so runter, hä? Ja, die schöne Waffen haben. Mist. Alter. Wie viele Leute haben die hier? Wie viele Leute haben die hier? Wo? Wo? Eieiei. Oh, da oben habe ich noch einer. Das ist ein Dreck. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß, ich bin hier. Ho, ho, ho. Geh aus rum. Okay. Nein, ich geh nicht aus rum. Blatt, gefällst du das, wo ich das sehen kann. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Knappe Geschichte. lebendig sagt man ja mei dich kriege ich dich kriege ich dich exzellent auch nicht so hallo uuuh na los so das war ne gute Sache na gut vielleicht Mensch na tja das Molotovs hier runterwerfen so hat schon wieder ne Waffe leer das ist jetzt aber ärgerlich so blöd dass die Waffe hier so lang braucht zum nachladen Treffer die haben aber auch ein guter Säger gelandet gerade eben das war fies so die alten Säge wow schön 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 ja ja sonst sind wir an Sicherheit wir haben es geschafft ich weiß nicht ob ich das Ding aufmachen will okay bereit Monsterriegel yeah halt 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 das ich wollte ja alles verarschen erledigt los kommt schon bleibt wachsam wir haben es noch nicht geschafft ok ok schau mal nach oh man was ein stress das ist fies ganz schön dann helf mir mal Leute ein bisschen mehr vereidung bitte geil geil wow was ein mutiger zeitgenosse klappen mädel du hättest von aber nö das ist ein schneller Schätzchen 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 ah wie kommen wir aus der Scheiße hier raus ja gute Frage da frage ich mich auch immer wieder das stimmt ich habe nicht mal Munition für eine Knarre also müsste jetzt wieder die Schrotflünde herhalten wo wow verdammt das ist ja der Wahnsinn das ist ja heftig übelst klasse ne es geht gefällt von dem Mädel weg so Menschen im vorbeilaufen haha so jetzt haben wir hier schön Deckung diese Scheißerle diese Scheißerle ui oh Scheiße in der Hälfte denn hier warte mal schnell ich schätze dann nach irgendwas anderes ja ne wow oh du Sauhüt scheiße oh mann oh mann oh mann chill irgendwann stirbst du mieses Arschloch ja denke ich mir genauso so sag mal das bisschen nach was wir noch haben hier das ist ja übeln übeln so so hallo Leute da war irgendein Hinweis gerade da war irgendein Hinweis gerade ne vielleicht da hoch stimmt irgendwie da geht es bestimmt hoch ne geht doch nicht das aussieht doch nur damit wir hier raus können ja ja wir sind wieder an der frischen auf die Brücke oh Scheiße lauf Junge lauf 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 alter nicht sterben ja aus dem Weg lauf 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 oh verdammt die redet man ja klappen schnitz nie die werden uns umbringen fällt dir was besseres ein na wir springen nein zu hoch und du kannst nicht schwimmen ich geb dir Deckung und dann rennst du oh Mist mein Gott du hältst mich oben keine Diskussion verdammt oh au das gibt einen Bandscheibenvorfall da liegt der Henry erwarte auf hey du wir leben ok und was habe ich gesagt alles klar es geht ihm gut im Stich gelassen hat wisst ihr es hat euch entdeckt ihr habt echt viel Wasser geschluckt was ist dein Problem man Henry hey 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 er ist sauer aber er wird uns nicht zu bis zu dir das ich habe ich darf John er hat uns da draußen im Stich gelassen nein ihr konnte das allein schaffen und ihr lebt aber euch zu helfen hätte ihn gefährdet bleibt da ok werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht ja ich hab dich gerettet und mich auch Joel wir werden entrunken es ist schon gut ich bin ok ja jaja das ist der richtige was mich angeht ich bin froh dass ihr lebt also der Funkturm ist hinter dieser Klippe ok da gibt es tonnenweise Zeug du wirst froh sein dass du mich hast her schick und wissen was uns auf dem weg wir sehen uns hier mal um vielleicht finden wir was das war heftig alles klar die türkischen von diesen funktionssee was auf was haben wir hier im gräb hey vielleicht finden wir was in dem boot da drüben in welchem boot mit dem da ich will gar nicht wissen was wir da drin finden ich bin schon dabei wie heißt es denn das schiefchen irgendeinem der nicht ganz richtig zu lesen ist und deshalb hier oh man was was haben wir denn hier oh ja oh ja ja auf dem wasser ist das etwas anders ja runter haben wir hier schönes haben wir hier was schönes hallo da liegt was firefly anhänge das hilft mir dann weiter ja sonst sieht es schlecht aus hier ne schätzke kommst hey ali ich glaub wir haben was machen wir machen ok mädchen komm ich geb dir ein wenig deckung komm mädel und vor komm mädchen hey ich werde das führt da ganz durch okay kommt kinder los können wir heute werden da drin. Du bist da. Wollt die Lampen raus? Aber das Ganze ist in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.